Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit einem funktionierenden Koop-Game, Brawlands 3, ja die sind wahr geseht, mittlerweile. Absolut korrekt, ja. Wir spielen ein Spiel, Brawlands Science. Wir müssen da noch ein paar... Markus ist dran. Müsst ja auch Markus Hurensohn haben, ne? Sieh an, sieh an. Denkst du, du kannst meinen Rekord schlagen? Falls ja, geb ich dir vielleicht einen Rappat. Ach, du ging das. Ah ja, ich weiß sogar. Hm. Ja, also wir haben wie sechs Jahre hier, wo du jetzt gespielt hast. Ich muss auch noch wieder gucken. Wie ging das? Niemand ist perfekt, also macht dir keinen Kopf. Ich sollte das Ding hacken, um Kryptowährung zu meinen, während du spielst. Ja, perfekt vielleicht nicht, aber den Rekord habe ich trotzdem, Bitch. Ah. Ah. Jetzt habe ich das wieder drin. Nice. Mhm. Dankeschön, dankeschön. Sehr freundlich. Hm. Das schon ganz gut so. Ah, okay, jetzt. Keine Erstattung, keine zweiten Chancen. Keine zwei Chancen, das finde ich gut. Rekord geschlagen, aber doch nicht. Das ist ja immer ein Problem. Höh. Musst du dich ja nur platt machen. Äh, das geht ja um den Rekord. Ah, 29 ist so gut. Genau, weil, ey, das tun sich aber auch das Minispiel. Das ist so, also es... Total, also ich werde sowas von wieder gleich den, 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 den Item-Drop-Bonus mitnehmen. Das ist ja so krank gewesen letztes Mal. So konnte ich schon trinken. Wenn ich noch ein bisschen nasal klinge, liegt es daran, dass ich mir was eingefangen hatte. Aber es geht mittlerweile größtenteils wieder. Das mehr sind, das so zu machen? Naja, eigentlich nicht. Achso, ja gut, das wiederum... Ja, okay, ich... Okay. Kunden zu schmeicheln soll ja den Absatz erhöhen. Funktioniert es? Nein, funktioniert nicht. Das ist auf jeden Fall ein... Das ist auf jeden Fall ein Banger. Ich bin da auf jeden Fall ein bisschen schwerer geworden, ja, ne? Aber ich weiß nicht, also noch geht's bei mir auf jeden Fall. Ich bin aber nicht ganz sicher. Oder ist es gerade wieder jetzt nicht irgendwie... Einfach... So, ich komme noch ganz gut voran. Kann sich natürlich noch ändern. Ich gebe immer an. Das ist richtig erkannt. Bruder Bleifuß. Den Warten ist bestimmt falsch. Den kriege ich nicht höher, ne? Ne. Achso, ich hätte jetzt auch schon genug tatsächlich, okay. Man kann ja gucken, ich habe ja noch drei. Ich kann den Rekorder zumindest einstellen. Da kriege ich noch irgendwo einen rausgepopelt. Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, ich denke... Ich denke nicht. Du bist klüger als du aussiehst. Danke, schätze ich. 2x2 Bonus habe ich bekommen. Sehr gut. Sehr gut. Ich kann ihn sogar theoretisch so... Na, wobei... ...winter auch... ...sagen... Okay, ne, das ist blöd. Der erste Ego-Shooter, wo ich Rätsel mache, ey. Ja, es ist... Wie tief sind wir gesunken, Bios? Wie tief sind wir gesunken? Ah, was? Oh, achso, ne? Äh. Ändert sich dadurch irgendwas? 77, okay. Okay, der hat jetzt nichts geändert. 78? Komm, den Rekord kriege ich doch safe noch irgendwie. Oder doch nicht? Ne. Gut. Aber 5 Bonus ist gut. Der hat früher jemand in der Schule aufgepasst. Naja, würde ich jetzt so nicht sagen, aber... ...ist schon okay. Ne, war doof. Das war's better. Genau. Naja. 3 Bonus. Gott. Keine Erstattung Kurva, willst du mich verarschen? Was soll das sein, Keule? Ich kann's gern vollkriegen. Nee. Ah, ey, ey. Kann ich mal so viel? ja das gefühl wenn wir so kriegen wir hier schönes zusammen gut die kriege ich so oder so nicht zusammen da kann ich machen was ich will das rechte findet nun vor nicht das müssen wir einfach hinkriegen mhm mhm ne der ist doof den mach ich nochmal neu das könnte gut sein das ist geil das ist geil den einen hoch na cool das würde nichts ändern ja plus neun ist gut alle verkäufe sind endgültig ich kann nur sechs hochsetzen ja das ist ja gar nicht mehr so viel achso das bringt mir gar nichts wenn ich die hochsetze weil die setzen sich ja auch mal vorbei aber ich könnte der ändert nichts der ändert was oh der ist gut der ist auch gut ja rekord gebrochen ja ja plus acht geil sehr gut da sind da sind ja jetzt schon sehr viele dran da brauche ich ja gar nicht mehr so viel machen wir können den hochsetzen den hochsetzen den hochsetzen vier vier punkte sehr schön 3 ja das kann man so lassen ja ja ähm hm ist es da unten überhaupt ne ist es nicht äh dann so hm hm mhm gut der ist es vielleicht gar nicht mehr unbedingt aber der wäre gut der wäre gut rekord eingestellt ja okay ja ja plus 13 das ist ein geiler bonus noch ein zufriedener puzzler ja true true auf jeden fall ähm der wäre gut der wäre gut mhm der wäre gut das ist okay ja das ist okay ja das ist okay die schenke das ist auch gut hm ich sollte hier für geld nehmen dieser alte sack du alter ich sollte hier für geld nehmen dieser alte sack äh alter ohne witz der sieht echt überall profit ne ja in der tat der wäre echt ein guter firmenchef wenn wir hier kommen spielentwickler ja auf jeden fall drei rein auf einmal stark lootboxen markus lootboxen markus lootboxen okay das neuer rekord sehr schön ja post 9 sehr gut okay jetzt jetzt so jetzt bin ich auch wieder drin mhm so geht's mir auch äh äh wer wird macht den damaschelbind so raus dann bleibt es mir genau immer das gleiche äh ist okay mhm so nämlich mhm 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 quatsch gute lösung schätze ich und du hast sie auch gespielt markus und müssen müssen eine gute lösung war da wird der bengel schon wieder zu schaffen oder wird die 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 das geht plus 12 gönnst ja natürlich das ist gar nicht so einfach da müsste ich anders vorgehen vielleicht so das könnte man machen 5 bonus punkte bei mir wenn es auch fünf jetzt 7 7 block ich kann machen ist nicht besser gekommen mit den schützen recht so ein lutscher ja genau Genau. Ach, das ist wirklich. Ah, okay. Ja, gut, das ergibt natürlich Sinn. Da hab ich nicht dran gedacht. Hm. Was macht er erstmal? Ja, ist okay. Wir können uns mal wieder. Ach, Schwachkopf. Arschgeburt, ey. Hm. Oh, das ging schnell. Aber da müsste noch mehr dran sein. Mhm. Mhm. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt können wir mal so machen. Oh, lol. Der wird ja komplett pulverisierter Rekord hier. So muss das nämlich aussehen. Oh. Ja, nice. Plus sieben aus dem kleinen Ding. Krass. So. Was haben wir jetzt? Oh, ich hab auch mal plus sieben gemacht. Nice, sehr gut. Gott, alles lassen wir. Das sollte reichen. Oh, sehr schön. Das sollte reichen. Der Rekord ist rein für uns, nicht für dich, du Idiot. Ja, echt. Voll. Sollen wir es am Maul halten? Was ist denn mit ihm? Hm, hm, hm. dieser marcus munition war schon ziemlich schwachkopf auf jeden fall aus dem rekord eingestellt damit kann ich arbeiten das hätte ich besser gemacht aber was sollte da machst du auch besser du nutten kopf willst du nicht von mir aufs maul oder wasser ich habe eine reihe gemacht das ist immer geil ja so nicht mein freund das kannst du vergessen 53 plus 10 da sehe ich mich okay die müssen prinzipiell alle einen hoch ok da kommen wir nicht weiter so natürlich noch besser habe ich nicht drauf geachtet rekord cool hätte noch irgendwas machen und scheint nicht egal plus elf Ah, plus 3. Plus 5. Hm, plus 2. Oh Gott. Hm. Ka-ching! Ka-ching! Ja, genau. Ich habe in der Schule aufgepasst. Ja, genau. Ich vor allem. Also damals, ich nach der Schule, habe ich immer Max Payne von Gronky geguckt. Das war mein Ding, bin halt nach der Schule. Ausaufgaben nicht. Hm. Naja. Ja, damit kann ich mich schon irgendwo identifizieren, auf jeden Fall, ja. Ja, Mensch. Ja, das ist ja Quatsch, was ich immer... Ja. Ja, ist okay. Hm. Ich tue da nur am besten. Plus 1. Plus 1, 2 und... Du musst hier einen weg, dann können wir ein bisschen mehr raus, genau. So, Markus haben wir. Mit schon 3.000 Marken. Ellie ist dran, okay. Oh ja, das will ich. Oh ja, das will ich. Hell. Beeindruckend. Ey, ey, ey. Der wird mir schon eher schlecht hier. Machen wir das am besten. Achso, das können wir natürlich. Oh, ist okay. Mhm. Gut gedenkt. Ähm. Wieder 7 Punkte, nice. Ja, sehr gut. Da hat wohl jemand in der Schule aufgepasst. Da hat wohl jemand in der Schule aufgepasst. Äh, nie. Mhm. Schwieriges Thema. Ja, bei mir auch. Für ne andere Folge. Ja. Ja. Äh. Oh, das war gut. Plus 1? Ja, plus 1. Ja. Oh, das kann ich noch ein paar nach oben setzen, wa? Na. Ah ne, das ist Quatsch. Oh, das ist sogar ein Rekord. Krass. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Boah, plus 10. Cool. Ja, vielleicht ist das ja auch gerade der Sinn des Ganzen, Eli. Hast du schon mal daran gedacht? Vielleicht will ich dein Rekord ja pulbrisieren. Was machst du dann, hä? Was machst du dann? Ja, hab ich mir gedacht. Gute Arbeit, du weltverbesserer Schwachkopf. Ja, das hat er mir auch drüber gesagt eben. Also das ist eigentlich mal, wenn ich so ein Klima auf der Straße sehe. Du weltverbesserer Schwachkopf. Schwachkopf. Gell. Macht das irgendwie Sinn? Wir können... Theoretisch... Du kannst mein Handy aufladen, wenn man los muss. So. Okay, da sehe ich jetzt nicht unbedingt so den Mehrwert dran, muss ich sagen. Weil wenn du eine Mehrwertsteuer, das verstehe ich. Genau, die. Die einzig wahre Mehrwertsteuer. Hm. Mhm. Ja, gut. Na ja, Ablass 5 ist gut. Na ja, machen wir keinen Stress. So. Bitte lassen sie mich in Ruhe. Hm. Macht sie sehr noch mehr nach oben zu schieben? Auch nicht so wirklich, ne? Ne. Ja, für uns. Nehm so. Hier wiederum... Können wir mehr rausholen. Sehr gut. Das ist doch schön. Nö, mehr geht nicht. Du bist eine bessere Person als ich jetzt bin. Das ist nicht gut. Das ist zwar kein Maßstab, aber dennoch. Du bist eine bessere Person als ich jetzt bin. Ist zwar kein Maßstab, aber dennoch. Danke. Du schon, dass ich ein guter Mensch bin. Muss ich auch schon so. Sehr gut. Ich bin mal so nervig, dieses, dieses, wenn das so einmal so durchlädt. Äh, dieses, dieses Geräusch, wenn du dann mal was wegnehmen willst. Da kommt das ja jedes Mal neu. Ja, ja. Oh, das ist ein bisschen irre. Oh, das ist ein bisschen irre. Das ist echt nicht mein Tatsi-Moment, muss ich ehrlich sagen. Das ist echt nicht mein Tatsi-Moment, muss ich ehrlich sagen. Ach, das ist hier. Acht, Alter. Acht. Acht. Zehn. Nice. Elf. Elf. Elf Jahre, jung. Geil. Elf bei elf. Na gut, elf ist gut. Kluges Köpfchen, Kammerjäger. Rekord geschlagen, geht es eigentlich um die Zeit oder die Punkte? Punkte. Die Zeit ist, glaube ich, ganz irre relevant. Nee. Hm. Dann halt so, ist auch okay. Haben wir so, haben wir keinen Stress? Gut. Sechs ist okay. So. Genau so will ich das sehen. Ja, ich auch tatsächlich. Ich bin so einig. Ah, ich bin so einig. Neune. Oh, wir hatten neun Kassen. Der war aber saftig. Wie, mein Steak heute? Ich glaube kein Steak, aber. Steak würde ich jetzt aber fühlen. Also jetzt nicht, weil ich gerade Papps satt bin, aber so grundsätzlich. Ja. Ich hab Bock drauf, auf jeden Fall. Äh. Und äh. Oh ja. Das war gut. Warte mal. Dann muss das ja noch besser sein, oder? Oh ja. Tatsache. Cool. Kann ich den hier einruhen setzen? Oh ja. Oh, da kommen wir der Sache schon näher. Oh, Alter. Jetzt geht's aber ab. Ah. Ich weiß keinard. Der war gut. Tja, das ist aber ne Goldgrube hier. Heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße, was ist denn jetzt los? Äh, ja, okay. Alter, ich hab grad 19 Bonus, ey. Wird schon der Weg. Nee, warte. 20? 20. 20. Der war schön. Der war richtig schön. So. Was machen wir denn daraus? Ich hab nur 12, die ich verschieben kann. Das ist gar nicht mal so viel. Hm. Na gut, pass. Dass ich mich dauernd anbaggern muss. Hm. Die mag dich halt. Ja, aber... Tu das nun. Weiß ich nicht. Das könnte wieder so ein Ding mit einer Menge Bonuspunkten werden, wenn das so weitergeht. Oh ja. Oh ja, da seh ich mich. 10 Bonuspunkte. Okay, 60, ja, ist okay. 62. 62. War das hier jetzt nicht Bonuspunkte, oder was? Nein, nein, 15, glaube ich gerade. Das ist aber auch gut. Okay. Ja. Ach. Aus. Aus.